Nachdenkseiten Die kritische Website Die dunkle Seite der Wikipedia Verantwortlich Jens Berger Die Wikipedia ist für die meisten von uns inzwischen alltägliches Nachschlagwerk. Ist sie das aber auch zu Recht? Ist sie seriös und überparteilich, klärt sachlich über verschiedene Standpunkte auf? Nein, meint der Filmemacher Markus Fiedler, dessen Dokumentarfilm Die dunkle Seite der Wikipedia soeben erschien. Fiedler bescheinigt dem Online-Lexikon vermachtet autoritäre, intransparente Strukturen sowie Parteilichkeit bei gesellschaftspolitischen Artikeln und steht mit dieser Einschätzung alles andere als allein. Stimmt es, dass Wikipedia die Kriegslügen der Leitmedien überwiegend einfach nachvollzieht? Dass auch sie, wieder alle Recherche, Pflicht und Wissenschaftlichkeit, Friedensbewegte zu Unrecht und womöglich gezielt als Rechte, Irre und Verschwörungstheoretiker diffamiert? Jens Wernecke sprach mit Markus Fiedler zu seinen diesbezüglichen Recherchen und Erkenntnissen sowie seinen Film. Herr Fiedler, Ende Oktober wird Ihr Dokumentarfilm Die dunkle Seite der Wikipedia veröffentlicht. Wie kam es zu dem Film und was ist dunkel an der Wikipedia? Die Entstehung des Films geht auf zwei Ereignisse zurück. Zunächst auf ein Gespräch mit meiner Kollegin, die Geschichte unterrichtet und die die Wikipedia klar als nicht zitierfähige Quelle einordnete, wohingegen ich selbst meinen Schülern im Fach Biologie die Wikipedia als teils hervorragende Quelle immer empfohlen habe. Das Gespräch machte mich nachdenklich. Und dann habe ich im Januar 2015 das Video eines Vortrags des Historikers Dr. Daniele Ganser auf YouTube gesehen, in dem es um NATO-Geheimarmeen ging. Als ich deswegen mehr über Dr. Ganser auf Wikipedia erfahren wollte, las ich dort, Zitat, Er greift Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 auf und stellt sie als diskutable wissenschaftliche Erklärungen dar. Zitat Ende Der Begriff Verschwörungstheorie ist dabei vollkommen unsachlich und diffamiert Dr. Ganser als Spinner. Als ich daher versuchte, mit meinem langjährig ungenutzten Wikipedia-Konto eine Korrektur dieses Satzes zu erwirken, geschah Seltsames. Obwohl ich einen sachlich formulierten Text in die Diskussion zum Artikel Ganser eingestellt hatte, in dem ich auf die genannte und einige weitere Unzulänglichkeiten des Wikipedia-Artikels einging, wurde ich unter fadenscheinigen Begründungen umgehend als Vandale gemeldet und danach recht schnell von einem Admin mit dem Kommentar »Beratungsresistenter Meta-Account« gesperrt. Dieses Vorgehen in der Wikipedia war vollkommen regelwidrig und wurde aber auch, wie ich dann herausfand, bereits inflationär bei anderen Benutzern praktiziert. Und zwar ausschließlich bei solchen, die im Ganser-Artikel mehr Sachlichkeit einforderten und nicht über ein langjährig genutztes Wikipedia-Konto verfügten. Es roch förmlich nach einer ideologisch motivierten Absprache der beteiligten Sichter und Administratoren in der Wikipedia. Also sprach ich mich meinerseits mit meinem Bekannten Frank-Michael Speer ab und wir fingen an zu recherchieren, denn das Thema ist aus drei Gründen wichtig. 1. Als Anhänger und Verfechter der Creative Commons Bewegung liegt mir persönlich sehr viel an kostenlosen und urheberrechtsfreien Lern- und Lehrinhalten. Denn sie sind auch für solche Personen verfügbar, die sich die Anschaffung teurer Bücher nicht leisten können. Wikipedia als kostenlose Wissensquelle ist hier aber anscheinend auf dem besten Wege, sich als glaubhafte Quelle zu verabschieden, zumindest was die Artikel anbelangt, die sich mit der aktuellen Politik und dem Zeitgeschehen beschäftigen. 2. Hier wird durch Wikipedia offensichtlich gezielt Rufmord betrieben. Wie sich sehr schnell herausstellte, richten sich diese Rufmordkampagnen dabei nicht nur gegen Dr. Ganser, sondern gegen viele verschiedene Personen, die sich gegen Krieg und gegen die NATO-Geopolitik positionieren. 3. Hier wollten wir einen Beitrag zum Eindammen dieses Treibens leisten. 3. Die Öffentlichkeit muss darüber informiert werden, dass Wikipedia in großen Teilen eben nicht objektiv ist. Denn liest man in den üblichen Leitmedien etwas zu Wikipedia, so werden fast ausschließlich positive Seiten des Online-Lexikons hervorgehoben. Wenn man von Angriffen auf die Objektivität der Wikipedia liest, dann werden immer nur von den Wikipedianern erfolgreich abgewährte Angriffe von außen thematisiert, nämlich beispielsweise solche von PR-Agenturen und verschiedenen Politikern. Weitgehend verschwiegen hingegen wird das Problem, dass in der Wikipedia selbst offensichtlich Strukturen existieren, die die Sachlichkeit des Mediums insgesamt massiv bedrohen. Insofern haben die Leitmedien diesbezüglich auf ganzer Linie versagt und es bedarf hier anscheinend einer Berichterstattung, die nicht von ihnen kommt. Das heißt, die Wikipedia reproduziert öffentliche Demagogie? Inwiefern denn genau? Und welche Folgen zeitigt das? Ja, das Wort Verschwörungstheorie etwa wird offensichtlich immer wieder gerne von Machteliten benutzt, um unliebsame Gegner zu diskreditieren. Nach 9-11 waren Art Rache's Conspiracy Theories wieder schwer in Mode. George W. Bush führte diesen Begriff in seiner Rede vor den Vereinten Nationen am 10. November 2001 ein und betitelte damit alles, was die Attentate vom 11. September 2001 kritisch hinterfragte. Die Leitmedien haben diesen Begriff dann wie gleichgeschaltet übernommen und eine dringend notwendige Untersuchung der Anschläge vom 11. September 2001 blieb aus. Offensichtlich hat der vollkommen unsachliche Begriff Verschwörungstheorie nun auch schon seit einigen Jahren Einzug in die Wikipedia gefunden und wird dort als Ideologiekeule verwandt. Besonders gerne werden dabei Personen angegriffen, die sich in neuerlichen Friedensbewegungen zusammenfinden und beispielsweise gegen eine aggressive NATO-Politik in der Ukraine demonstrieren. So wurde beispielsweise Ken Jebsen als Neurechter Verschwörungstheoretiker bezeichnet. In verschiedenen hochrangig manipulativen Beiträgen der Leitmedien, unter anderem vom Dreisat-Magazin Kulturzeit vom 19. März 2014, wurde er zudem als Spinner dargestellt und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Diese grauenhafte Berichterstattung, die man sachlich korrekt nur noch als Propaganda bezeichnen kann, setzt sich dabei bis heute fort. Neuerdings werden sogar Kabarettisten als Antisemiten verunglimpft, weil sie Banken und Kapitalismus kritisieren. Diese Hetze prasselt inzwischen anhand von Begriffen wie »Neurechts«, »Verschwörungstheoretiker« und »Antisemit« in ständiger Dauerschleife bezüglich der Friedensbewegung auf uns ein. Und ganz offensichtlich werden immer mal wieder bei Friedensdemonstrationen auftauchende Personen, die tatsächlich rechtsextremes Gedankengut verbreiten, dabei sehr geschickt ins Bild gesetzt, um die breite Mehrheit der Demonstranten aus der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft mit derlei Behauptungen in Verbindung zu bringen, sie sozusagen in Sippenhaft zu nehmen und pauschal als rechtsextrem abzuurteilen. Dadurch wird von ihrem eigentlichen Anliegen Frieden geschickt abgelenkt. Keiner redet mehr über die aggressive NATO-Politik in der Ukraine. Stattdessen lautet die Fragestellung für die Masse der Bevölkerung nunmehr »Sind die alle rechtsextrem?« Zuletzt wurde beispielsweise bekannt, dass die Autorin Katrin MacLean, die sich in der Friedensbewegung in Hamburg stark engagiert und kritische Artikel publiziert, im Wikipedia-Artikel zu ihrer Person ebenfalls ins rechtsextreme Lager gerückt wird, obwohl diese Attribuierung völlig unsinnig ist. Es wurde ihr unter anderem fehlende Abgrenzung nach rechts vorgeworfen. Das wurde dann damit begründet, dass sie auf einer Bühne gesprochen habe, auf der Stunden zuvor jemand rechtes Gedankengut verbreitet habe. Merke also, bevor man irgendwo spricht, erst die Bühne ab und dann neu aufbauen, denn dann ist man auch nachweislich der erste Sprecher auf dieser Bühne. Und sich am besten mit der Historie des Ortes beschäftigen, denn es könnte früher ja mal der falsche von hier aus irgendwas vertreten haben. Eigentlich müsste den Mediennutzern ja ohnehin auffallen, dass die Wörter »Rechtsradikal« und »Friedensbewegung« schwerlich zusammenpassen. Aber die Leitmedien und allen voran auch die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten verbreiten derartigen Unfug dennoch rund um die Uhr. Und die Begrifflichkeiten, die hier durch die Presse- und Rundfunkmedien verbreitet werden, findet man dann fast gleichlautend in der Wikipedia zu verschiedensten Personen wieder. Denn Wikipedia nutzt in Artikeln zu den Friedensaktivisten die Leitmedien wie Spiegel, FAZ, Taz und so weiter als reputable Quellen. Völlig absurd wird das dann, wenn diese Wikipedia-Artikel ihrerseits wiederum Einzug in die Berichterstattung der Leitmedien finden. Dann entsteht eine selbstreferentielle Feedback-Schleife, die gröbsten Nonsens produziert. Durch die Literaturverweise wird dann aber in der Wikipedia der Anschein erweckt, dass hier wissenschaftlich gearbeitet würde, was nachweislich nicht der Fall ist. Im Dokumentarfilm Die dunkle Seite der Wikipedia gehen wir auf genau solche Literaturquellen ein und decken an einem Beispielartikel der Wikipedia zahlreiche Mängel an vielen dieser Quellen auf.